Was ist das Lungenemphysemen? Das Lungenemphysemen ist gekennzeichnet durch aufgeblasene, große, also überblähte Lungen. Was kann man tun? Die Basistherapie der COPD, die bronchial erweiterten Medikamente, sind genau hier wirksam. Sie helfen, die Lunge zu entblähen, indem sie die Atemwege erweitern und so das Ausatmen erleichtern. So können die Betroffenen besser und tiefer durchatmen und können mit weniger Luftnot ihren Alltag erleben. Informieren Sie sich zu allem rund um die COPD unter copd-aktuell.de oder wenden Sie sich an Ihren Arzt.